Also, hallo und herzlich willkommen zu dieser Einheit heute in der Ring-Vorlesung. Wir haben heute wieder einen Vortrag, also wir freuen uns, dass wieder so viele Leute da sind. Heute wird die Claudia von der Uni Klagenfurt uns etwas berichten. Sie ist vom Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung und wird sich selbst vorstellen und danach uns einen Vortrag über epistemische Gewalt geben. Und ich freue mich schon sehr. Und ja, los geht's. Hallo, guten Abend auch von meiner Seite. Manuel, du kannst gern schon die Präsentation auch anwerfen, während ich mich vorstelle. Wie gesagt, ich arbeite in Klagenfurt am Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung. Ich bin Politikwissenschaftlerin, habe mich viele Jahre mit dem Zusammenhang von Wissen und Gewalt beschäftigt auf verschiedenen Ebenen, habe mich letztes Jahr habilitiert an der Uni Wien zu diesem Thema epistemische Gewalt und ja, über den Kontakt mit den Studierenden gegen Rüstungsforschung kam diese Einladung zustande und ich freue mich, dass ich etwas beitragen kann zu der spannenden Ring-Vorlesung. Ich habe schon einige Beiträge anschauen können und hoffe, mit meinem Beitrag was Ergänzendes beisteuern zu können. Es geht bei mir eben nicht direkt um Rüstungsforschung und auch nicht um direkte physische Gewalt, sondern um die Frage, wie Wissenschaft und Wissenssysteme selbst als gewaltförmig verstanden werden können. Und da sind wir auch schon mittendrin, womit sich die Ring-Vorlesung beschäftigt. Und viele von euch und Ihnen ist ja dieses direkte Forschen für den Krieg, das wir herauszufordern versuchen, auch mit dieser Ring-Vorlesung. Da möchte ich ganz, ganz herzlich einen Aufsatz empfehlen, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber nichts, der trotz sehr spannend ist, von Sarah Nagel, von der Informationsstelle Militarisierung. Wenn die noch nicht untergekommen ist und wer sich weiter dafür interessiert, da gibt es ganz viel spannendes Material. Und sie zeigt es sehr spannend, was das eigentlich bedeutet. Das heißt jetzt nicht nur Drohnenforschung, wie bei uns an der Uni Klagenfurt. Hier gibt es die größte Drohnenhalle Europas und mir ist noch nicht so recht klar, was da eigentlich passiert drin. Sondern das heißt zum Beispiel Schlafforschung, Linguistik, Sprachforschung, alles Mögliche kann natürlich in den Dienst des Kriegs gestellt werden. Im Universitätsgesetz 2002 steht es nicht explizit, was zu Gewaltfreiheit und Krieg, aber es ist doch sehr deutlich ausgedrückt im Selbstverständnis der Universitäten, dass diese dazu berufen seien, Zitat, verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen. Ich nehme mir heraus, das als direkten Auftrag für eine Friedensforschung zu verstehen. Nichtsdestotrotz habt ihr wahrscheinlich alle noch wenig von institutionalisierter Friedensforschung in Österreich gehört. Und das ist ein Zufall, kein Zufall, die gibt es quasi nicht wirklich oder nur an wenigen Orten in sehr geringem Ausmaß. Was in dieser Präambel des Universitätsgesetzes vorkommt, in diesem Paragraf 1, ist das Selbstverständnis von Wissen und Wissenschaft, dass Wissen eigentlich das Gegenteil von Gewalt ist und auch natürlich gegen Gewalt funktioniert. Also es ist quasi das Mittel zur Überwindung von Gewalt. Wissen ist sozusagen alles andere als Gewalt in diesem Selbstverständnis. Und das Bild, das ich da reinkopiert habe, ist aus einem sehr spannenden Film, den zu sehen ich auch herzlich empfehlen kann, Halfmond Files von Philipp Schäffner. Was Sie hier sehen, sind Karteikarten, hunderte, tausende Karteikarten im sogenannten Lautarchiv der Humboldt-Universität, wo während des Ersten Weltkriegs die Stimmen von Kriegsgefangenen aufgenommen wurden und aus dem ein großes wissenschaftliches Projekt, eine große wissenschaftliche Karriere oder mehrere Karrieren entstanden sind auf dem Rücken von Kriegsgefangenen aus aller Welt. Darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen, aber es soll schon mal andeuten, dass dieser Zusammenhang von Wissen und Gewalt nicht so eindeutig ist, wenn wir uns mit dem Begriff epistemische Gewalt beschäftigen. In der PowerPoint-Folie hätte das jetzt schön hintereinander funktionieren sollen mit den Bildern. Das ging leider technisch nicht. Was da im Hintergrund angedeutet ist, das Tempelhafte soll ein bisschen dafür stehen, wo auch die Uni Wien vielleicht ausschaut. Tatsächlich ist es aber das British Museum in London. Da wollte ich illustrieren, wie wir dieser Frage von Wissenschaft und Gewaltfreiheit, Wissen und Gewalt auch visuell oder nochmal in einem anderen Kontext auf die Spur kommen können. In dieser Eingangshalle, die da im zweiten Bild angedeutet ist, ist in Stein eingelassen unten am Boden. Man marschiert da quasi drüber als Besucherin, dieser Spruch, and let thy feed millennium's hands beset in midst of knowledge. Man geht also rein in dieses Museum, in diesen Tempel von Wissen und nicht zuletzt auch Wissenschaft. In der erbaulichen Vorstellung, hier geht es um Kunst und Kultur. Und letztlich findet man sich in einer Ansammlung von Raubgut aus allen Ecken der Welt. Tatsächlich, wo bei den wenigsten ein Hinweis auf Provenienz vorhanden ist. Und ja, im Zentrum des ehemaligen Imperiums Großbritannien ist quasi dieses British Museum. Und ich denke, das kann man doch ganz gut als Assoziation verwenden, um auch über die Rolle der Universitäten und der Wissensproduktion nachzudenken. Also dort, wo Wissen geschaffen wird, wo wir unsere Füße inmitten des Wissens haben, ist es durchaus diskutabel, ob dieses Wissen jetzt ein Gegenmittel zu Gewalt ist oder das Gegenteil von Gewalt ist oder wie das auch zusammenhängt. Mein Ansatz geht ausgehend von postkolonialer, dekolonialer und feministischer Theorie davon aus, dass wir es mit einer gewissen Komplizenschaft zu tun haben, die nicht nur direkt und intentional ist, sondern systemisch und strukturell. Und wenn ich hier abgebildet habe, wer von Ihnen schon mal in Berlin war, unter den Linden spaziert ist, vor der Humboldt-Universität, wie diese zwei honorigen Herren schon getroffen haben, zur Linken, Wilhelm von Humboldt, zur Rechten, Alexander von Humboldt. Was die beiden verbindet, ist das 18. Jahrhundert, in dem der Kolonialismus auch von Deutschland aus in Hochblüte war und wo sozusagen diese kulturwissenschaftlichen, rechtswissenschaftlichen, philosophischen Überlegungen, für die Wilhelm steht, in einem direkten Zusammenhang gesehen werden müssen mit dem, was sein Bruder gemacht hat. Er war Weltreisender und hat tatsächlich die Welt vermessen und hat in diesen, in den aufkommenden und sich etablierenden Naturwissenschaften verkörpert quasi dieses quantitative empirische Paradigma der Vermessung der Welt und das eine ist mit dem anderen zutiefst zusammenzudenken. Das wird selten gemacht. In unserem konventionellen Verständnis haben wir die Staatswissenschaften, die Soziologie und andere Wissenschaften sozusagen zur Vermessung des Staates im Inneren, der Nation, der europäischen Nation, die sich herausbildet während des Kolonialismus und Alexander von Humboldt und andere Naturwissenschaftler, die in aller Welt unterwegs waren, um sie zu vermessen, stehen quasi für die außereuropäische Welt, die mit anderen Wissenschaften behandelt und vermessen wird, sei es die Kultur- und Sozialanthropologie, Ethnologie oder auch die Orientalistik und später nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen wir von Area Studies. Also es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen von Wissenschaft, je nachdem, um welchen Bereich es geht und das Ganze ist aber zusammen zu sehen, wenn man von einem Begriff von epistemischer Gewalt ausgeht. Zusammensehen unter dem Aspekt dessen, was insbesondere dekoloniale AutorInnen die sogenannte koloniale Moderne nennen. Was bedeutet das, die koloniale Moderne? Das bedeutet, dass wir in diesem Verständnis unserer Moderne, die von Vernunft, Fortschritt, Aufklärung, Entwicklung, Demokratie usw. geleitet ist und auf dem Boden der Wissenschaften fußt, dass die eine koloniale Unterseite hat. Das heißt, diese Kolonialität ist kein PowerPoint-Unfall, die ich da so hingeschrieben habe, sondern es ist der Versuch zu zeigen, dass wir diese Kolonialität erst lesen lernen müssen. Diese Unterseite bezeichnet das, was nicht mit besprochen wird, wenn wir davon ausgehen, dass Wissenschaft die Voraussetzung für Gewaltlosigkeit, Gewaltfreiheit oder auch Gewaltüberwindung ist. Illustriert habe ich das mit einer berühmten österreichischen Nachspeise, die immer noch völlig ungeniert mit dem M-Wort bezeichnet wird. Auf der rechten Seite sehen Sie die ehemalige sogenannte Mohrenstraße, die Berliner Aktivistinnen mit zwei Pünktchen zur Möhrenstraße umfunktioniert haben. Nicht zufällig steht dort zum Beispiel das Ethnologische Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Inzwischen ist die Straße tatsächlich umbenannt in Anton-Wilhelm-Amos-Straße nach einem afrikanischen Philosophen, der tatsächlich im 18. Jahrhundert in Deutschland tätig war. Kolonialität, das ist ein wichtiger Begriff, um epistemische Gewalt zu verstehen, ist die Aussage darüber, dass der Kolonialismus als politisches System zwar weitgehend überwunden ist, auch nicht überall, aber weitgehend, die Kolonialität aber noch anhält. Eben in vermeintlich selbstverständlichen Bezeichnungen wie der Möhrenstraße oder dieser österreichischen Nachspeise. Das nur zur Illustration. Ich komme dann später noch einmal genauer darauf zurück, um die Kolonialität noch einmal tiefer zu erklären, aber vorab einmal so viel. Was bedeutet das jetzt für jemanden, der wie ich in der politischen Theorie oder in der Friedensforschung unterwegs ist? Es bedeutet, dass man dem auf die Spur geht, was es eigentlich bedeutet, mit welchen epistemischen Prämissen, mit welchen Voraussetzungen wir eigentlich operieren, an Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften, um über Krieg und Frieden zu sprechen, um überhaupt die Welt zu denken. Und Sie sehen schon an dieser Karikatur von Klaus Stuttmann, die sind frei im Internet, auf die weise ich gern hin, sind ganz spannend. Es gibt Friedensforschung und demokratische, liberale Diskurse, die eigentlich dasselbe bewirken, nur mit einer anderen Sprache. Wenn wir heute von Schutzverantwortung oder von humanitärer Intervention sprechen, ist das nichtsdestotrotz sehr oft die Rechtfertigung von militärischen Interventionen. Das soll damit angedeutet sein. Ich habe das mal in einem Text kognitive Militarisierung genannt und von Wautzer gibt es auch noch ein schönes Zitat dazu, das sagt, wir alle im Lager der Kriegsgegner begannen in der Sprache des gerechten Krieges zu reden, obwohl wir gar nicht wussten, dass wir das taten. Das heißt, wenn wir über epistemische Gewalt nachdenken oder auch über sprachliche Gewalt, dann geht es darum, unsere vermeintlichen Selbstverständlichkeiten im Sprechen, im Schreiben, gerade auch auf wissenschaftlicher Ebene einer genaueren Prüfung zu unterziehen und nachzusehen, was das eine mit dem anderen vielleicht zu tun hat. Wissen einerseits und Gewalt andererseits. Militarisierung drückt sich aber auch viel banaler aus und da möchte ich noch einen Literaturtipp anbringen für die, die sich für diese Militarisierung interessieren, nämlich auch im Alltag von Thomas und Virchow, ist auch schon einige Jahre alt, die sprechen von einem banalen Militarismus, der sich in unserer Konsumproduktion und Konsumtion äußert. Und letztlich möchte ich noch auf zwei Begriffe hinweisen. Der eine von Cynthia Enloe, einer feministischen Theoretikerin, die spricht von Militarisierung und Alison Howell von Marshall Politics. Was bedeutet das jetzt? Cynthia Enloe hat sich mal gefragt, den Bild war leider nicht zu finden, weil das war schon in den 80er Jahren, glaube ich, und da gab es diese Bilder im Internet dazu noch nicht. Sie hat sich gefragt im Supermarkt, wieso kann es sein, dass eine simple Tomatensuppe Kanonen und Panzernudeln hat? Also sie hat sozusagen in den Nahrungsmitteln diese martialischen Nudelformen gefunden und ist da der Militarisierung des Alltags auf die Spur gegangen. Alison Howell würde sagen, ja gut, wir können uns über die Nudel in Panzerform ärgern, aber eigentlich müssen wir fragen, warum gibt es überhaupt Dosensuppen? Die Dosensuppe oder die Dose für Nahrung war eine Möglichkeit, Soldaten im Feld in der Ferne zu versorgen. Also die ganz banale Nahrungsmitteldose hat einen militärischen Hintergrund, genauso wie über die Hausnummern, was einige von Ihnen vielleicht wissen. Hausnummern sind auch nicht einfach nur unschuldige Hausnummern, sondern wurden eingeführt in Europa, um die Konskription zu erleichtern, das heißt, um junge Männer ihrem Militärdienst zuzuführen. Und letztlich spricht Alison Howell vor allem auch über drei Institutionen, darunter auch die Universität und das Militär und die Polizei natürlich. Sie haben da ein Beispiel für eine von vielfältigen Wappen einer US-amerikanischen Polizeieinheit. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie in der Mitte auch die Abbildung eines sogenannten Indianers. Und sie sagt eben, in unserer Gesellschaft ist das Marzialische, das Kriegerische so tief eingeschrieben, wir müssen gar nicht erst von Militarisierung von irgendwer zu sprechen, das vorher vermeintlich neutral gewesen wäre, sondern eigentlich ist den Dingen die Militarisierung schon eingeschrieben und dem müssen wir auf die Spur kommen. Das ist jetzt der Versuch hinzuleiten über das Thema der Ringvorlesung zu dem, womit ich mich auseinandersetze, nämlich dieses nicht offensichtlich Gewaltförmige in unserem Alltagswissen, aber auch in unserer wissenschaftlichen Wissensproduktion, dem auf die Spur zu kommen. Und was ich heute versuchen werde, ist Ihnen eine Idee davon zu geben, was es bedeutet, Gewalt nicht als direkte Physische zu verstehen, nicht nur die Faust aufs Auge oder das Attentat oder den Krieg, sondern Gewalt weiterzudenken in einem doppelten Sinn. Also nicht aufzuhören, Gewalt zu denken, konzeptionell, aber auch dezidiert weite Gewaltbegriffe zu fänden. Das Zweite ist, was ich schon angedeutet habe, den Begriff der Kolonialität von Machtwissen und Sein einzuführen und dann noch genauer, ein bisschen auch mit ein paar Zitaten aus dem Buch selbst, damit es präziser ist, Ihnen näher zu bringen, was wir uns jetzt unter epistemischer Gewalt vorstellen können. Gewalt in diesem Verständnis, in meinem Verständnis und in dem vielen anderen kritischen Wissenschaftlerinnen, ist eben nicht nur das Ereignis, sondern auch Prozess und Verhältnis. Und es gibt zahlreiche weite Gewaltbegriffe, die auch in der Debatte um Militarisierung natürlich nicht so vorrangig sind, wo ich aber denke, dass die sehr viel Sinn machen, sie mitzudenken. Strukturelle Gewalt von Johann Galtung ist einer der bekanntesten. Symbolische Gewalt von Pierre Bourdieu ist ein ganz wichtiger, um die Herrschaftsförmigkeit des Wissenschaftssystems auch zu verstehen. Normative Gewalt ist von Judith Butler. Aber es gibt noch viele andere Formen von Gewalt, unter denen die epistemische Gewalt in den Sozialwissenschaften, wo ich hauptsächlich herkomme, noch nicht so bekannt und nicht so selbstverständlich ist. Einerseits, weil die Debatten vor allem im englischsprachigen Raum begonnen haben, darüber, was epistemische Gewalt ist. Deswegen ist es im sprachigen Raum noch nicht so verbreitet. Andererseits sind natürlich die Sozialwissenschaften, wie ich das vorher kurz mit Wilhelm von Humboldt angedeutet habe, dienen sie zentral auch zur Staatsbildung und zur Nationsbildung und zum Selbstverständnis dominanter Gesellschaften. Das heißt, es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass epistemische Gewalt schon im Kanon ist, weil die Wissenschaften eigentlich grundsätzlich herrschaftsunterstützend, herrschaftsförmig auch entstanden sind. Und das ist der Hinweis post- und dekolonialer Theorie zu sagen, das eine ist nicht getrennt vom anderen, sondern wir müssen die Entstehung der Wissenschaften und dieses moderne Paradigmas verbunden sehen mit 500 Jahren Kolonialismus. Nicht nur mit 200 Jahren, nicht nur zurückschauen bis zur französischen Aufklärung, sondern noch weiter zurück zu schauen bis 1492 eigentlich, als die Europäer begannen, sich die Amerikas zu unterwerfen. Das komme ich später noch. Aus diesem Diskussionszusammenhang kommt der Begriff epistemische Gewalt. Eine ganz wichtige Autorin für die Debatte und die häufigste Referenz für epistemische Gewalt ist Gayatri Spivak, eine US-amerikanisch-indische Literaturwissenschaftlerin, deren Zitat ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, weil es eines ist, auf das sich viele, viele beziehen. Sie diskutiert das Problem am Beispiel der sogenannten Witwenverbrennung in Indien, die sich lokale patriarchale Eliten und koloniale patriarchale Eliten gestritten haben. Wir haben das bis heute in Debatten über sogenannte Ehrenmorde, Zwangsbeschneidung und anderes eigentlich immer noch dieselbe Dynamik. Und sie diskutiert darüber, wo eigentlich die Gewaltförmigkeit auch zu suchen ist. nicht nur in dieser Aktion, die man natürlich verurteilen kann und muss, sondern eigentlich tieferlegt in der kolonialen Konstellation, in der überhaupt das stattfindet und wo die Debatten darüber stattfinden. Das klarste Beispiel für epistemische Gewalt, sagt sie, ist das aus der Distanz orchestrierte, weitläufige und heterogene Projekt, das koloniale Subjekt als anderes zu konstituieren. Es bedeutet auch die asymmetrische Auslöschung der Spuren dieses Anderen in seiner prekären Wirktivität und Unterworfenheit. Es geht sozusagen um das Andersmachen von Personen und um die Auslöschung letztlich von Wissen und Personen. Sie knüpft an an Foucault, der ja bei epistemischer Gewalt, der hat den Begriff erstmals so verwendet, sich auf Europa fokussiert und Institutionen wie das Krankenhaus, die Schule, die Kirche untersucht und er sagt, man muss das, was Foucault gemacht hat, eigentlich zusammendenken mit dem, was in den Kolonien passiert ist. Also wir können epistemische Gewalt nicht verstehen, wenn wir nur auf Europa schauen, sondern wir müssen das verstehen. wie sie sagt, dislozierte und uneingestandene Teil einer immensen zweiarmigen Maschine. Das heißt, das, was an Europa, an wissenschaftlicher Verfestigung und an Strukturen, an Selbstverständlichkeiten herausgebildet wurde, darf nicht abgedreht werden von dem, was politisch gleichzeitig in den Kolonien passiert ist. Es geht also immer um diese Herstellung des Anderen und auch die Herstellung des Selbst. Es geht um Repräsentation, die nicht nur Darstellung ist, sondern immer auch Vertretung. Und vor allem, ganz wichtig, ein Begriff von Schini Randere, es geht um diese Geschichten als geteilt zu sehen, als entangled zu sehen. Auf diese Punkte, die da drinstehen, komme ich noch zurück. Es geht um Sprechen, Schweigen, Hören, Gehört und auch Verstanden werden in diesem europäisch- kolonialen Kontext. Und dieses individuelle Setting, vermeintlich individuelle Setting, ist immer auch eines, das historisch zu verstehen ist, ökonomisch und in einem sozio- und geopolitischen Kontext. Das heißt, wenn wir eine konkrete rassistische Äußerung haben, ist das nicht nur ein personelles Fehlverhalten, sondern ist auf diese Kolonialität zurückzuführen, die ein Teil der politischen Realität des Kolonialismus ist. Eine zweite Autorin habe ich noch mit reingebracht, Vandana Shiva, weil sie das noch mal anders rahmt oder zusätzlich rahmt und sagt, dass sie, sie spricht von Reduktionismus in Bezug auf epistemische Gewalt und sagt, diese Weltanschauung, die reduktionistische Weltanschauung, die Industrie-Revolution und das kapitalistische Wirtschaftssystem sind die philosophischen, technologischen und wirtschaftlichen Stellen des selben Prozesses. Das heißt, sie können die Wissenschaft nicht trennen davon, wie sich Kapitalismus als weltumspannendes Herrschaftssystem etabliert hat, wie Technik darin eingeschrieben ist und in ihren Texten spricht sie auch ausdrücklich davon, deswegen habe ich sie heute reingeholt, dass die Forschung für militärische Zwecke im direkten oder auch im mittelbaren Sinn immer einen Löwenanteil von Forschungsbudgets und von Bemühungen in den Nationalstaaten und auch internationaler Gemeinschaften ausmacht und seit jeher ausgemacht hat. Sie sagt, moderne Naturwissenschaft, also das Paradigma, das unseren Wissenschaften zugrunde liegt, ist ein westlicher, männerorientierter und patriarchalischer Entwurf, der die Unterwerfung von Frauen und Natur unbedingt erfordert. Also Wissensproduktion hat nicht ohne Unterwerfung stattgefunden. Sie spricht von einer Vierfanggewalt, wenn sie epistemische Gewalt nennt, gegen das Subjekt des Wissens, gegen das Objektwissen, gegen die, die davon profitieren sollen und eigentlich auch gegen das Wissen selbst. Ihr Fazit dieser Wissens ist sozusagen kein epistemologer Unfall und epistemologisch heißt nichts anderes als mit dem Wissen zu tun haben. Das ist kritisch und klingt abstrakt, aber hat nur das, wo es ums Wissen geht. Ist kein Unfall, sondern entspricht eben einer ganz bestimmten Form der ökonomischen Organisation. Dieser Reduktionismus, das uns selbstverständlich entgegentritt, ist durch die eigene Typhologie und auch durch ganz spezifische Interessen unterstützt. Und die Vernichtung von bestimmten Wissen ist immer auch die Vernichtung der Natur und ihrer Ressourcen und umgekehrt. Die Voraussetzung dafür ist, die Welt als reduzierbar zu sehen, atomistisch und mechanistisch und eben auch die Universalisierung von ganz spezifischen Standpunkten und die Definitionsmacht der Experten. Jetzt komme ich auf diese koloniale Moderne zurück, um das noch besser verständlich zu machen, hoffentlich. Die koloniale Unterscherte gliedert sich aus dekolonialer Perspektive in drei Funktionsweisen, kann man vielleicht sagen, eine Kolonialität der Macht, eine Kolonialität des Wissens und eine Kolonialität des Seins. Und dem zugrunde, dieser Kolonialität zugrunde, liegt das, was Großvogel und andere als epistemischen Rassismus Schrägstrich Sexismus bezeichnen. Das heißt, das Argument ist, dass die Welt, so wie sie uns dagegen dreht, mit der Aufstellung ihrer Ressourcen und auch der natürlichen menschlichen Ressourcen, basiert auf Prozessen, die epistemischen Rassismus und Sexismus selbstverständlich gemacht haben und haben eine Kluft über die Welt gezogen, eine epistemische Kluft, aber auch eine soziale, eine politische, eine ökonomische Kluft. Und drei Dimensionen der Kolonialität sind einsatz auf sozialen Ebenen, auf epistemischen Ebene, die mit dem Wissen zu tun hat, auch auf der Ebene unseres Menschseins selbst verortet. Und das versuche ich jetzt ein bisschen zu erklären, um den Begriff der epistemischen Gewalt einzusetzen, dieses für mich wichtige Konzept der kolonialen Moderne oder der sogenannten Kolonialität. Die drei sind immer zusammenzudenken und das, worüber ich spreche, ist dunkel jeweils eingefärbt. Die Kolonialität der Macht bedeutet, dass sich Kapitalismus und sein ausbeuterisches System als einziges System durchgesetzt hat weltweit. Der europäische Nationalstaat als einzige politische Autorität durchgesetzt hat und dass die europäische Perspektive sich als einzige legitime Wissensweise durchgesetzt hat. Gleich verhält sich, das haben später andere ergänzt, mit einer bestimmten Vorstellung von Sexualität und Reproduktion, mit einer bestimmten Vorstellung darüber, wie wir zu Menschen, zu Subjekten werden und wie wir erkennen können und auch mit einem bestimmten Umgang mit Natur und Ressourcen. Und wie schon vorher erwähnt, ist dieser Rassismus, Sexismus der zentrale Modus, um diese Selbstverständlichkeiten zu etablieren und zu rechtfertigen. Die Kolonialität des Wissens besteht darin, dass beständig Trennungen und Teilungen der Welt unternommen werden, also Ganzheitlichkeit nicht mehr opportun erscheint, sondern getrennt, vermessen, geteilt wird und auch immer hierarchisiert wird zwischen diesen Teilungen. Diese Transformation von Wissen, die stattgefunden hat in diesen 500 Jahren Kolonialismus, geht Hand in Hand mit kolonialer, imperialer, politischer Praxis. Also das ist nichts, was losgelöst von Politik passiert, sondern das müssen wir zusammendenken. Eine ganz zentrale Operation da drin ist, Körper und Materie von Geist und Vernunft zu trennen in der sogenannten abendländischen Philosophie, die jetzt als universelle verstanden wird und auch die Trennung des Göttlichen von Mensch und Natur. Es gibt dann noch zwei Fachbegriffe, die das beschreiben. Also man ist von einer Theopolitik, von einer Erklärung durch Göttlichkeit und Religiosität hingekommen zu einer Egopolitik, also zu einer Erklärung, die auf dem Individuum basiert, wo aber dennoch diese vermeintliche Objektivität ganz stark erhalten geblieben ist. Und als Wichtigstes für epistemische Gewalt ist eigentlich zu nennen, diese Entkoppelung von Materialität und Körperlichkeit und Sozialität einerseits und von Erkenntnisfähigkeit andererseits. Das heißt, ganz bestimmte Subjekte werden als fähig verstanden überhaupt Wissen haben und produzieren und intelligible also verständlich ausdrücken zu können und andere nicht. Und das ist massiv rassifiziert und sexualisiert, diese Vorstellung darüber, wo das wahre, richtige und legitime Wissen ist. Dazu gehört ein beständiger Dualismus von Objekt und Subjekt und das, was Donna Haraway den God-Trick nennt, also die Idee, dass man sich als Wissenschaftlerin objektiv über die Dinge stellen kann, sich entkörpert von den eigenen sozialen, politischen, historischen, sonstigen Bedingungen, von den Lebensbedingungen und quasi wie ein Geist über dem Wasser schwebt, um dieses Wasser zu beschreiben. Das ist natürlich quasi die Vernaturwissenschaftlichung dessen, was vorher als göttliche Perspektive verstanden worden ist und hat sich aber als vermeintlicher Objektivismus eingeschrieben in unser Wissenschaftsverständnis. Was dabei passiert, ist, dass die Wissenden und deren Interessen vor allem und das ist glaube ich auch wichtig für eine Kritik an Rüstungsforschung unsichtbar gemacht werden. Das heißt, die konkrete spezifische Verortung der Person, die forscht, steht nicht mehr zur Debatte, weil man ja eine Objektivität unterstellt. Und es passiert auch eine massive Fragmentierung und Klassifizierung dessen, was von außen beobachtet wird. Also es ist immer dieses Teilen, Herrscher der Beobachten von etwas, was vermeintlich mit mir als Beobachterin überhaupt nichts zu tun hat. Die Fachbegriffe sind ja wieder Geo- und Körperpolitik des Wissens, um zu beschreiben, Wissen ist immer auch körperlich an den Menschen gebunden und an das soziale Umfeld gebunden, aus dem dieses Wissen hervorgeht und es ist immer auch in einen geopolitischen Kontext eingebunden. Das heißt, die Forschungspositionen, die universalisiert werden und als vermeintlich allgemein gültige gelten, sind tatsächlich ganz spezifische und wenn wir historisch zurückschauen in der Wissenschaftsgeschichte, sind das weiße, männliche, bürgerliche, heteronormative, besitzende Interessen. Die Kolonialität des Seins wird noch ein bisschen abstrakter, kommt aus der Philosophie, das kreise ich nur kurz an, die sagt eigentlich aus, dass Wissensproduktion in diesem Blick auf die 500 Jahre Kolonialismus und ausgehend von dieser Kolonialität immer auch basiert auf Gewalt und auf dem Paradigma des Krieges eigentlich, weil Krieg immer Voraussetzung war, um Herrschaftsordnung herzustellen und deswegen auch diese Wissenschaftsentwicklung und die Wissensordnung darin zu sehen ist. Krieg ist sozusagen die Grundlage des eurozentrischen Denkens, das gleichzeitig behauptet, Gewalt überwindend, Gewalt fern oder das Gegenteil von Gewalt zu sein. Aus einer antikolonialen Perspektive sieht die Welt ganz anders aus, die sagt, die Vernichtung ist eigentlich die Möglichkeitsbedingung der kolonialkapitalistischen Expansion und damit auch die Möglichkeitsbedingung für eine ganz spezifische Wissenschaftsentwicklung und Wissensproduktion. Die zwei Herren da am Rande sind keine geringeren als oben René Descartes und unten Christopher Kolumbus. Das ist jetzt leider auch, weil nicht PowerPoint nicht schön in der Reihenfolge, aber ich versuche es trotzdem zu erklären. Also oben steht das Paradigma der Aufklärung in den Worten von Descartes. Ich denke, also bin ich. Aus einer dekolonialen Perspektive setzt es voraus die Annahme, wenn ich denke und also bin, dass andere nicht denken, also keine politischen Subjekte sind und sein können. Das ist sozusagen das Motto der Aufklärung unseres modernen Wissenschaftsverständnisses. Dekoloniale Theorie sagt, das zu denken und zu behaupten als René Descartes 1641 ist überhaupt erst möglich, weil es vorher Leute wie Christopher Columbus gab, der, das legen sie ihm natürlich in den Mund sozusagen, das hat er nicht so gesagt, der sagt, ich erobere also bin ich. Andere können erobert werden, weil sie keine Subjekte sind. Und dem wiederum geht voraus, ich vernichte also bin ich. Die anderen können nämlich von mir vernichtet werden, weil sie überhaupt keine Subjekte sind. und diese Kolonialität des Seins besagt, dass das eigentlich die Grundvoraussetzung ist, um später überhaupt zu diesem Ich denke, also bin ich kommen zu können. Dass das nicht nur ein abstrakter Prozess ist, habe ich versucht in dieser Folie zusammenzufassen, um die konkreten politischen Vernichtungsprozesse zu betreiben. Die Viergenozide, Epistemizide, auch mit Schrägstrich wiedergeschrieben, des langen sechzehnten Jahrhunderts nennt. Genozid ist, glaube ich, gut verständlich, die massenhafte Vernichtung von Menschen. Epistemizid ist ein Kunstwort, das noch stärker ist als epistemische Gewalt und beschreibt, dass mit der Vernichtung von Menschen immer auch die Vernichtung von Wissen einhergeht und umgekehrt mit der Vernichtung von Wissen auch die Vernichtung von Menschen. Dekoloniale Theorie besagt eben, dass die Grundlagen für unser heutiges Wissenschaftssystem und unsere Vorstellung der Moderne in diesem langen sechzehnten Jahrhundert gelegt worden sind. Als auf der iberischen Halbinsel zuerst Juden und Jüdinnen und Muslime und Musliminnen vertrieben und unterworfen oder zur Konversion gezwungen wurden, über die Argumentation einer sogenannten Blutreinheit, das ist der Vorläufer des heutigen Race-Begriffs Rasa, der wurde noch theologisch religiös argumentiert. Absolut zeitgleich sind die Europäer in die Amerikas ausgewandert und haben begonnen, sich diese Länder zu unterwerfen und die Menschen dort zu unterwerfen, die indigene Bevölkerung. Und es wurde argumentiert, haben diese Wesen, die wir da treffen, überhaupt eine Seele in diesem religiösen Paradigma? Wenn ja, dann können wir sie konvertieren, zwangskonvertieren. Wenn nein, können wir sie eigentlich umbringen? Das war eine ganz wichtige Debatte, die sich über 50 Jahre lang hingezogen hat. Der Begriff, also der Wandel von Rasa zu Race zeigt an, dass wir von diesem theologischen Begründungszusammenhang zu einem naturwissenschaftlichen Begründungszusammenhang kommen und der wurde dann schon wichtiger mit der Versklavung und massenhaften Vernichtung und Verschleppung von Menschen, von schwarzen Menschen aus Afrika in die Amerikas über die Legitimation einer rassischen Unterlegenheit. Und Feministinnen haben gezeigt, dass dieser Prozess nicht nur im Fernen anderswo stattgefunden hat, sondern auch verkoppelt ist mit der sogenannten Hexenverfolgung und Hexenverbrennung, also mit der Verfolgung von Frauen und Heretikern, Heretikerinnen, die für andere Wissenssysteme standen und das wurde hauptsächlich über die Frage von Sexualität verhandelt. Feministinnen fügen dem auch noch hinzu einen fünften Vernichtungsprozess und Transformationsprozess, der schon bei Shiva angedeutet ist, nämlich in diesem Verständnis des Teilen uns Herrschens entlang von Race und Sexualität hat auch eine Transformation unseres Naturverständnisses stattgefunden. Weg von einem ganzheitlichen, sich erneuernden Verständnis von natürlichen Ressourcen hin zu einem ausbeuterischen Verständnis, das linear sich immer weiterentwickelt und quasi die Grundlage für den Kapitalismus bildet. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, wenn ich auf die Uhr sehe. Das ist auch noch einfacher zu beschreiben, vielleicht besser verständlich in dem Zitat von Roswell. Während der letzten 520 Jahre der europäisch Euro-Nordamerikanischen, des europäischen nordamerikanisch kapitalistischen patriarchalen, modernen, kolonialen Weltsystems sind wir fortgeschritten von einem Konvertiere zum Christentum oder ich bringe dich um im 16. Jahrhundert, zu zivilisiere dich oder ich bringe dich um im 18. und 19. Jahrhundert, zu entwickle dich oder ich bringe dich um im 20. Jahrhundert und gegenwärtig zu einem demokratisiere dich oder ich bringe dich um am Anfang des 21. Jahrhunderts. Also die Argumentationsweisen darüber, wohin Gewalt exportiert werden kann, wer, und da sind wir wieder bei der Militarisierung, bei der ganz konkreten, Wer sozusagen auch militärisch erobert oder vernichtet werden kann, hat sich immer wieder gewandelt, aber ist immer in diesem Paradigma der Überlegenheit der Moderne sozusagen mit der europäischen Überlegenheit argumentiert worden. Was ist jetzt also epistemische Gewalt in diesem Zusammenhang oder wie können wir das noch besser verstehen? Und ich habe in meinem Buch, wo ich mich einige Jahre mit weiten Gewaltbegriffen und vor allem der epistemischen Gewalt beschäftigt habe, versucht, ein Konzept epistemischer Gewalt am Ende zu entwickeln, wo die Mikroebene, also die unmittelbare Interaktion, die Mesoebene und auch die Makroebene sozialwissenschaftlich gesprochen miteinander verbunden werden und habe das gekoppelt mit den vorher eingeführten Konzepten der Kolonialität des Seins, der Kolonialität des Wissens und der Kolonialität der Macht. Und um hier ein bisschen präziser zu sein und vielleicht besser verständlich, möchte ich einen kurzen Abschnitt vorlesen, um Ihnen noch mal näher zu wie wir epistemische Gewalt jetzt verstehen können. Vom Konzept der Kolonial Moderne aus betrachtet ist der Begriff epistemische Gewalt alles andere als abstrakt und seine Bestandteile, Wissen einerseits und Gewalt andererseits, stellen keinen Widerspruch dar. Die Dimension des Epistemischen ist nicht eine unter vielen, sondern rückt in den Fokus der Aufmerksamkeit. Wissenschaft nicht nur als Mittel für anzustrebende Lösungen zu verstehen, sondern als Bestandteil der jeweils zu analysierenden Probleme öffnet den Blick hin zu einer Gewaltanalyse, die angesichts der anhaltenden kolonialen Moderne vor allem Herrschaftskritik sein und nicht der Aufrechterhaltung dieser Herrschaft dienen will. Ein darauf basierendes Konzept epistemischer Gewalt ermöglicht, eine über den gebräuchlichen, methodologischen und epistemologischen Nationalismus hinausgehende Makroebene zu adressieren, ohne die jegliche Gewaltanalyse im internationalen Kontext zu kurz greift. Indem das Konzept epistemische Gewalt Herrschaftsverhältnisse über die Dimension des Wissens und in der Dimension des Wissens fokussiert, fordert es jene fragwürdig gewordene, jenes fragwürdig gewordene Narrativ von Fortschritt, Entwicklung und Gewaltfreiheit der Moderne substanziell heraus, mit dem sich zwar der Exzess bestimmter Formen politischer Gewalt verurteilen, dass zugleich jedoch die epistemischen Grundlagen der gewaltförmigen kolonialen Moderne unangetastet lässt. Die Analyse und Theoretisierung epistemischer Gewalt stellt das von seiner kolonialen Unterseite bereinigte Konzept der Moderne infrage und es macht deutlich, dass wir auch heute noch in der kolonialen Moderne leben. Epistemische Gewalt bezeichnet für mich jenen Beitrag zu gewaltförmigen gesellschaftlichen Verhältnissen, die im Wissen selbst, in seiner Genese, Ausformung, Organisation und Wirkmächtigkeit angelegt sind. Damit meine ich nicht jegliche sich auf der Ebene des Wissens zeigende Erscheinungsform, die in einen Zusammenhang mit direkten Formen von Gewalt gestellt werden können. Epistemische Gewalt ist Möglichkeitsbedingung, Bestandteil und Produkt der kolonialen Moderne. Diese Moderne ist keine genuin gewaltfreie, weil fortschrittliche, demokratische und wissensbasierte. Sie ist auf vielfältige Weise mit ihrer kolonialen Vergangenheit und der immer noch gegenwärtigen, von zahlreichen Formen von Gewalt geprägten Unterseite verbunden. Und ein letzter Abschnitt. Epistemische Gewalt ist nicht gleichmäßig über Strukturen, Institutionen, Akteurinnen und Diskurse verteilt. Sie bringt die Asymmetrien der kolonialen Moderne mit hervor und wird in ihnen wirksam. Deren zentrales Merkmal ist die Trennung von Materialität und Sozialität einerseits und Erkenntnisproduktionsfähigkeit andererseits. Die Errichtung eines epistemischen Abgrundes, entlang dessen Ungleichheits und Verhältnisse organisiert, gerechtfertigt und naturalisiert werden. Epistemische Gewalt ist ihrer Ausbreitung und all Gegenwart zum Trotz nicht alles und jedes. Sie hat eine spezifische Herkunft Europa, eine spezifische Geschichte, Kolonialismus und Kapitalismus, spezifische Funktionsweisen, Rassismus, Sexismus als Grundlage von globaler Arbeits- und Ressourcenteilung und sie bringt spezifische Subjekte hervor, die an diesen Prozessen in unterschiedlichen Positionen und Wirkungsgraden beteiligt sind. Das heißt natürlich, dass auch wir selbst daran beteiligt sind, selbst wenn wir das nicht unbedingt möchten. Rolando Vasquez spricht vom sogenannten epistemischen Territorium der Moderne. Das heißt, die Welt ist, wie sie ist und es gibt sozusagen kein unschuldiges Jenseits, von dem aus man radikal anders denken könnte. Aber natürlich gibt es subversive, marginalisierte, gegenhegemoniale Wissensproduktion, die zugleich auch in dieser Moderne verortet ist. Und ich habe das illustriert mit diesem T-Shirt, weil das ist auch ganz passend nicht weit vom US-amerikanischen Thanksgiving entfernt, was man oft nicht mehr weiß ist, wo das Thanksgiving eigentlich herkommt. Das kam daher, dass europäische Siedler in den Amerikas ziemlich herausgefordert waren, den ersten Winter zu überleben und die indigene Bevölkerung sie versorgt hat mit Lebensmitteln und allem Notwendigen, um überhaupt dort leben und überleben zu können. Daraus ist das Thanksgiving entstanden. Heute ist Thanksgiving quasi ein Nationalfeiertag der US-amerikanischen Nation, die Great Again werden will oder auch man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt, wie Great sie noch weiter wird, die allerdings völlig abgetrennt zu sein scheint von dieser indigenen Geschichte und von dieser Verbundenheit mit jener Bevölkerung, die die europäischen Siedler massiv ausgerottet und unterworfen haben. Das heißt indigene Aktivisten heute sagen Thanksgiving ein Danke, das ist nicht unser Nationalfeiertag, da gibt es nichts zu danken und auch nichts zu geben. Ja, das war ein Durchritt sozusagen durch einige Aspekte von epistemischer Gewalt, von Zusammenhang von Wissen und Herrschaft und Wissenschaft und Gewalt in dieser sogenannten kolonialen Moderne und wissend, dass das für viele sehr neu gewesen sein kann oder auch sehr abstrakt gewesen sein kann, möchten wir vorschlagen, das wird der Manuel vielleicht noch ansagen, dass sie sich in Kleingruppen treffen und einmal überlegen, woran kann ich da anknüpfen mit dem, wo ich stehe, womit ich mich beschäftige, was ist mir eigentlich unklar geblieben und wo will ich auch widersprechen. Ja, ja genau und zwar würden wir jetzt ein Teil in Gruppen von jeweils vier Sitzungsteilnehmerinnen und würden uns wünschen, ihr kriegt zehn Minuten Zeit, das heißt um 19 Uhr 28, 29 werden die Kleingruppen beendet und gleichzeitig und genau wir würden nicht bitten, einfach diese Fragen da gemeinsam zu besprechen, ich bin gerade am Erstellen der Kleingruppen, ja, ja, dann starten wir jetzt die Kleingruppen und um 19 Uhr 28 versuche ich euch zurückzuholen in den großen Raum, passt, das das Vielen Dank.